Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Trouble in Terrorist Town. Heute wieder mit ganz vielen tollen Leuten und zum Beispiel sind dabei der Dalukat, der Grenz, Nefi, Anne, Goro, Gronkh, Saratza, Julia, Kapuze, Tego und Maxi. Am ersten Mal war der besser. Bei mir ist das ja nur geschnitten. Er hat doch nur gebetetet. Dann werde ich aber garantiert dafür geflamed bei dir. Nein, komm, ey, das war, der war schon gut. Hallo, wer hat Steve umgebracht? Da gibt's gar nicht eine Disco, Shigo. Ihr Schweine, hat Steve getötet. Steve Ockel? Steve ist tot. Steve Kroemer? Häng die bitte auf, ich möchte meine Credits dafür noch holen. Steve hat keine Credits. Ich hab ja den Creeper gefunden. Ich häng Steve an die Tür. Detective, wie ist das passiert? Dann wieder zu Herobrine. Wow. Was? Mich wurde grad geschossen. Wer war das? Der kam von hier, der Schuss. Der kam von hier. Von wo kam der denn? Der war böse. Von Goro. Da hab ich fast erwischt. Was hab ich denn gemacht? Ja, was hab ich denn gemacht? Wo ist er? Ich war hier mit der Puste. Steve hängt in der Tür. Leck. Schau mal, wie fett der ist. Oh, jetzt geht's wieder. Mein Steve. Also, Goro stell ich schon mal auf Suspekt. Oh, Hundi. Ich stell dich auch auf Suspekt. Ja, du hast doch auf mich geschossen, du. Das ist doch gar nicht wahr. Nils hat's doch gesehen. Ja, so aus deiner Richtung kam das. Also, halt mal das mal fest. Der hat knapp am Ohr vorbei. Das ist das Schiff. Wow, wer ist denn da oben da? Porten sich die Enderman random rum? Was machen wir mit der Enderman? Was machen wir mit der Enderman? Nein, wenn du da reinrennst, porten sich weg. Die Enderperle musst du einem Enderman bringen, dann kommen ganz viele Endermans. Ja, genau, aber mach das mal, das will ich mal sehen. Und dann stürzt er es doch schon mal gesehen. Mach das mal. Geh, ich beschütz dich, Dalu. Ey. War hier vorne nicht einer? Ich weiß nicht, ich hab ne Schotgang. Jemand hat das Monster freigelassen. Jaja, du hast doch schon auf mich geschossen, ey. Das ist ja gar nicht das. Ich tope den Skrant. Aua. Dalu, hast du gefunden? Ich such ihn noch. Wer schießt denn da? Oh! Schotty. Good Gaming hat geschossen. Aber oben bist du auch noch einmal. Ich bin oben. Den such ich ja. Nee, nee. Das hat keiner. Aber dein Haar ist doch da oben. Nefias, warum machst du wenig Leben? Du bist ne Leiche, oder? Nefias, bist du der Echte? Ja. Bist du der Echte? Nefias, der von you. Da ist der Nefias LP. Wow. Ich hab keine LP im Namen. Keinen. Oh. Oh, da hinten wurde getaubericht. Oh, die kam von mir. Oh, der Grinch, Grinch, schießt er mich, Grinch, schießt er mich. Welche Chancen? Vorsicht, ich geh hier hinten lang. Das liegt, das kriegen wir wieder hinten. Au, nicht auf mich! Wer war das? Warum denn? Weil du der Mörder bist. Der Mörder? Der Mörder, mit McFly und Anakin. Oh, du suchst... Nee. Ja, hab ich das schon. McFly ist es nicht, Leute. Nevermind. Spann dich, Horch. Ah, der Enderman ist unten. Nils hat einen, die Enderperle noch. Scheiße, hier ist er versteckt. Nils ist confirmed, oder, Leute? Er wird dringend. Wieso ist Nils confirmed, Inno? Weil ich ihn wiederbelebt hab gerade. Und? Weiter. Hier liegt die Leiche. Warum ich? Julia, wieso stehst du dir einfach so rum in der Leiche? Horchi? Ja, und? Ja? Horchi, du bist es da. Achso, der war noch nicht. Nein. Okay, hab ich nicht gesehen. Ich weiß ja nicht, Julia. Sehr verdächtig. Okay. Nils, du weißt nicht, wer dich umgebracht hat. Nils hat keine Ahnung. Nils hat keine Ahnung. Aber davon jede Menge. So wie du, Grants. Ja, ja. Du mit deinem random Schuss auf mich vorhin. Ah, das war Julia. Horchi, Horchi war das. Das war Horchi. Nein, war ich nicht. Das war Horchi. Aber mich gleich wieder verdächtigen hier. Uh. Nils schießt auf mich. Render, macht er das? Weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Oh, diesmal falle ich nicht wieder da rein. Julia fällt da rein. Ja, Julia fällt also. Das habe ich drauf mit dem Fallen. Ich verstehe auch nicht ganz wieso. Was? Wer schießt jetzt hier auf mich? Hallo? Hey, das war ich. Wieso? Oh, ey. Also es ist doch Grants. Aber du blödsst nicht mehr, oder? Anne? Ist klar. Gut, dass ich noch abgehauen bin. Wo ist er, Grants? Wo ist Grants? Ja, Julia, ich weiß doch, dass du es bist. Nein! Doch, doch, Julia ist es. Julia ist es auch. Hallo Julia. Kannst du die Klappe halten. Natürlich ist Julia es. Niemals. Ups. Entschuldigung. War nicht fair, wenn mich da auch immer abgeschossen hat. Weiß nicht. Also wenn du... Schigo oder Max waren das. Oma auf dem Turm ist irgendeiner von den beiden. Ich bin nicht auf dem Turm. Schigo? Ich war das wahrscheinlich. Warst du... Warst du die Anne? Ich war Anne. Ja, dann bist du tot. Dann bin ich tot. Schigo! Schigo! Schigo, ich bin Anne gewesen! Schigo. Ich glaube, Schigo ist tot. Und jetzt bin ich Schigo. Ich bin dann Anne jetzt, okay? Was? Ich bin dann Anne. Okay. Ich bin Julia. Hier ist McFly, unten! McFly. Mikrofon muted. Grants jetzt getötet. Vielleicht. Könnte unter Umständen passiert sein. Maxi! Spring! Wo bist du? Ich sehe nichts mehr. 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 Da war. Dieses ganze Blut, ey. Das ganze Blut ist zu viel für mich. Wenn der Detective sagt, Julia ist es, dann kennt ihr sie gefährlich. Nein. Oh, da kommt gleich ein Wait. Der erste Satz war erstmal, ich glaube, Julia ist es. Und da zweifelt man dann schon. Der beste Checker ist. Das fängt doch schon an mit Anne ist Detective. Ja, ja, das ist dann. Ja, da habe ich einmal einen richtigen Riechel. Oh Gott, wo bin ich denn gespawnt? Das ist ja auch gerade. Was ist das denn hier? Ist er auch im Wasser gespawnt, ey? Nee, nee, hier auf dem Ding. Ich bin im Wasser hier gespawnt. Ey, Nephi! Lass mich da durchmachen! Nein, ich will hier zu den Waffen. So, tschüss auf Wiedersehen. Wir fahren jetzt. Ich mag ja die Season 3 Version nicht. Die Nacht hier ist nicht so cool. Doch, voll cool. Ich fand's cool. Ich fand's halt auch cool, wie Grants und ich uns einfach verschuldigt haben. Komm mal zurück. Das war alles bei der Gearschotts gewesen, Goro. Nein, ich geh nicht über die Garten. Aber dabei hab dich, ey. Warum nicht? Was war das? Alles bei der Gearschotts gewesen. Echt? Hat Shigo mich nicht umgebracht? Nee, ich meine die ganze Zeit Schüsse auf Grenzen und so weiter. Achso. Ja. Aber wir haben ja trotzdem mitgespielt. Ich bin euer freundlicher Detective. Was machst du? Ich bin die freundliche Helferin des Detektivs. Darf ich dein Hilfsheriff sein? Au! Alter, auf uns wurde geschossen. Ja, hab ich gesehen. 50 HP dauernd. Wenn ich jetzt schäme, ist Goro. Ja, bleib auch ruhig. Ja, ey. 50 Schaden hab ich genommen. Ja, leck mich dauernd. Shigo. Ich wurde angesnipert. Komm doch, Clark. Nein. Wow, good gaming. Shigo, ich wurde angesnipert. Das war an sie, ey. Jetzt hab ich extra Schaden bekommen wegen dir. Geht hier nicht lang. Hopp. Warum leckt denn das so? Ich bin tot. Die Portale. Wer hat mich hier portiert? Julia, Julia, Julia. Wenn ich tot bin, ist Julia. Das ist dann gesprungen. Ey, wer portiert denn hier alle? Ja. Ja, portier mal. Ja, weil ich andauernd portiert werde und so'n Scheiß. Portiert. Wurde schon angesnipert. 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 Kapuze, jetzt heil mich doch. Grenz.Abi, ey. Ich hab mir die geile Portale-Gang gekauft. Ich kann nicht mehr. Ja, ich töte dich gleich. Ja, das wär mir doch stehen. Das war's auch die drei Schaden. Wer? Das ist doch voll gemein, Leute. Shagatou. Da ist er weg. Was bin ich? Was? Aha. Habt ihr dem Enderman jetzt mal die Perle gegeben mittlerweile? Ihr müsst einfach immer durch den Enderman durchrennen erstmal. Erstmal müsst ihr den Enderman ganz oft teleportieren lassen, dem immer durch den Durchrennen. Ja, ehrlich. Oh, Granate! Gibt's auch ein Buch oder so? Ah, Kapuze. Ich kenn fest. Gibt's auch ein Buch oder so? Gibt's auch ein Buch oder so? Ja hier, ich hab hier... Portugal? Nein, das ist ein anderer. Nein, das ist ein anderer. Du musst ein lebendiger in den Game. Wo ist der denn? Das ist hin teleportiert. Was passiert? Unten im Keller ist der einmal. Nee, danke. Oh, ich bin schon nachgestoßen worden. Wer war das mit der Disco? M, 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 Entschuldigung. No, no. M, Entschuldigung. M, Entschuldigung. M, Entschuldigung. M, Entschuldigung. M, Entschuldigung. Wenn ich tot bin, was schießt. Ah, Hilfe. Der Dalu. Ah, was hast du da? Ah, das war schon... Man, Kapuze. Stop it. Stop it. Kapuze? Das ist ein Traitor. Okay, dann keep on doing it. Hui. Was machst du denn? Was machst du denn? Die Händerperne! Und alles steht außen rum, ö ö ö ö. Du hast einfach runtergeschossen. Du hast so ähnlich. Get the game for uns. Good aiming, you're down. Good aiming down. Also das habe ich dämlich, Horch. Ja, du hast einfach runtergeschossen. Wieso drei Kids? Ich bin der Windermann! Habe ich nicht tot, das musst du ruhig sein. Gibt überhaupt keinen Sinn. Doch! Ja, ich nicht, auf mich wurde ja geschossen schon. Ja, warte mal. Bist du es? Ich brauche Heilung. Ich habe von Good Gaming geschossen. Hier muss eine Taube liegen! Einen Diffuser habe ich gefunden, warum man auch immer das kaufen sollte. Den habe ich nicht gekauft, den habe ich gefunden. Ja, ja, ja. Sei kein Loser. Ich glaube Maxi McFly ist es. Glaube ich auch. Dann schieß ich drauf. Ich glaube Steve ist es. Oder dieses Zombie. Wollt mir der Pumpkan hier weggeballert und ihr steht alle außen rum? Ja, ich habe da gerade irgendwas vom Raum geschossen. Ist ja auch schon länger. Oh mein Gott! Ich, ich. Alle, ne? Nein, ich. Grants, wen hast du getötet? Niemand. Mein Apfel, aha. Moment, da müsste schon mehr tot sein, wenn Grants es wirklich ist. Also, komm her. Wo bist du? Bei dem Hotter. Ey, Vorsicht! Du hast mich mit dem Apfel angeremt. Meine Apfel. Hast du was zu heilen? Ja, hab ich. Ja, du musst dich nur bewegen. Du kannst das Fleisch übrigens an den Fackeln grillen. Oder was auch immer du da hast. Da bist du. Vorsicht, bitte. Vorsicht, da ist Anne. Es gibt hier irgendwo so ein Stück Fleisch. Oh nein, du heilst dich. Diese Portalgang ist sehr gefährlich in deinen Händen. Das glaube ich auch. Wo bist du, Goro? Ja, oh. Ah, fast. Was ist denn das denn? Ne Taube. Aber ich stand irgendwie noch zu nah dran, leider. Ach, okay. Ach so, Anne. Ah, das ist ja auch nichts mehr. Natürlich, die Anne. Dead Winger ist keine gute Option auf der Map. Nee, die Anne. Wenn du so rauskommst vor allen Leuten, ist es ein bisschen tof. Die guten Anne-Device. Willst du nur in die Traitor-Räume gehen? Anne-Device. 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 Hallo. Was weiß Anne-Device? Jetzt hab ich einen Shot, die ist ja eh interessant. Alter, da legen drei Shotguns und ich krieg keine einzige. Ich hab jetzt auch nur einen Rifle gehabt gehabt. Das Anne-Device. Mit ihrem Anne-Device. Mit dem Anne-Device macht die Anne mich rein. Machen wir bald das Troubleshound das Musical. Anne-Device. Probier's mal. Mit dem Anne-Device.